30 Sekunden bis die Minion Spawn Wir spielen mit Level 2, denke ich mal wie offensiv, kann das sein? Jojo, Level 2 in Stand 1 Immer Bock haben Wir spielen gegen Morgana und You will lose Are you a Comedian? Na gut, dann kann ich leider nichts mehr vorlesen, Carina Sie schreibt Ansonsten findet's der Knut heraus Wirklich sehr bedauerlich Are you a Comedian? Wir schreiben sollen Are you Malfight? Capa? Capa? Capa Ross? Auf jeden Fall, ey Wenn die wissen Egal, ich sag gar nichts Nicht, dass sie jetzt einfach mal reinscheiden Ich glaub nicht, eigentlich müssen wir Jedes Match abgesehen eigentlich auf Botlane Wenn du jetzt versagst, dann lach ich dich aus Ohne Witz Hallo, ist meine OP-Pick Leona Nein, ich hab Leona sehr lange nicht mehr gespielt Was? Ist hier passiert? Gnar ist gestorben Was? Was? Das sind sogar Premates, ne? Jo, oder? Ne Der Gnar ist in den Jungle gestorben Das hab ich ja lange nicht mehr gesehen Ich glaub da wollte da einer versuchen Kämpfen zu machen Ehrlich Das ist ja Wow, der Zwischenmädig ist getroffen Ich muss das mal aufpassen Also jetzt bin ich grad ein bisschen mad Ein bisschen salty Äh, das Problem ist jetzt Das wurde ich immer wieder aus dem Attack gebracht Und jetzt fällt's rauf Ja, wo den Chris denn ja Raus, 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 raus Ich hab keinen Bock das jetzt noch im Gage raus Ja, ich war grad ein bisschen abgelenkt Ja, ich war grad ein bisschen abgelenkt Ja, ist nur um angeben Eigentlich kann er nichts, Kappa Carina Oh, ich versuch zwischen Minion zu schießen, okay Ah, ich will jetzt nicht kämpfen Lass uns rein, lass die reinpushen Trostana push, ey Boah, wie aggressiv die jetzt, ey Ich glaub die weiß, was die macht Extrem aggressiv Darüber Das erste Mal, dass wir uns, dass wir uns zurückziehen Egal, wir lassen jetzt bisschen Tauch reinpushen Dann können wir eigentlich gehen Trostana kann halt pushen Weg zum 100% Vielleicht kommt bestimmt 100% Beinen Da ist wieder schon Ja Wobei das war echt sehr schlecht Das war easy to save, ey Was macht die denn da? Das war so dumm Ich kann nicht reingeben, sonst soll ich die Blackshapen nicht so gut drin machen. Oh man. Warte, ich kau noch mal rauf hier. Ja, ich will die trotzdem ein paar. Egal. Denn jetzt nur ein Executor im Jungle, was ist denn heute los? Zwei Leute schon bei uns Executor im Jungle. Trotzdem stehen wir in 0-1. Das ist trauriger. Kannst du rein gehen jetzt? Ja, komm. Warte mal. Wenn du sowas machst, dann nicht. LOL. LOL. Das hat aber auch ein Executor gemacht. Oh, du Gott. Du Gott. LOL. Wie Dämmich hast du da gerade gemacht? Ich mach Schaden und Ende. Ich hab Ab-Emo drin. Hier sind die Schaden. Ja, schade. Ohohoho. Guck mal. Ich geh mal einmal rauf. Einmal rauf. Einmal rauf im Kopf hauen. Das ist die Sache. Der Knut. Was für ein Bär von einem Mann. Von einer Frau. Kappa. Ja. 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 Ich denke mal, das hat die Mod gar nicht so prediktet. Ich hab gewartet bis die Black Shield abgebacked war. Sie stand halt offensichtlich mit Black Shield und ich hab gefailt. Und danach hab ich einfach wieder mein Fail gut gemacht. Wollen wir weggehen? Ja. Ja. Ich hab mein Blade ab. Alles klar. Ja. 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 Ich hab mir weg. Ja. Nehm ich. Denk ich auch. Denk ich auch. Kein Problem für mich. Ja. Machst du damage genommen auch. Ziemlich in Raum mit damage. Egal. Ich hab da ein Pot drin. Ein Pot für dich. Ein Pot. Oh je. Telefon klingelt. Oh. 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 Oh nein. Ich fahr nicht. Mein E ist bisher 0 von 0. Aber es hat ja mein Kill. 0 von 0. 0 von 0. 0 von 3. 0 von 3. Sorry. Haha. 0 von 0. 0 von 3. Sorry. Ich muss beide dann nehmen. Ich nehm jetzt hier so einen kleinen und dann noch. Obwohl ich kann beide eigentlich nehmen. Bein links sitzen auf jeden Fall meistens. Oh. 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 Er war ein Black Shield. Black Shield on point war da. Boah. War auch dumm von mir gemacht. Warst schon wieder getroffen. Ja. Aber sie spielt aber. Die sagten sie jetzt kein Mann an mehr. Tarina schreibt schon. Träumt weiter. Träumt weiter. Von was? Von was soll ich träumen. Du weißt, was ich gerne von vielen Sachen träumen. Ich werde mich leider nicht so schnell los. Mein Beileid. Ja. Ich werde mich leider nicht so schnell los. Ja. Blein. Wie sieht. Wtf. 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 Okay. Das Exhaust hat mich gerade abgefuckt. Na ja. Ich habe keinen Exhaust da. Deswegen. Ich habe gar keinen Exhaust. Warte mal. Ich kann beide töten. Wenn ich sie jetzt gut anstelle. Baby don't hurt me. Warum ist sie so aggressiv? Wir kommen ran. Hört mich in Ruhe. Support für Support. Easy. Mehr wollte ich nicht. Support für Support. Das war Support für E你ici. Ich muss dir leider reich geben 10 Jura gibt aber Hype, genau Nein, nein Ich hatte erst Am Sonntag 80 Jura Ah, ich wollte auf 2 Kills gehen, Mann Ich habe nicht mehr so viel Aufhörer zu lassen Aber leider, leider Aber sehr, als die sie 6, 6 steht, was ist denn noch passiert? 1, 2, 3, 2 Hackerwürm, still, Alter, guck mal 0, 3 Hackerwürm 3, 2, 3 Da haben wir 3 als Endi, ne? Babystick mit Sitten Müssen aufpassen Wir gehen jetzt richtig hin Ja gehen sie auch Wenn die nog stärker İşte molecule denn da haben os Machen wir will ich unbedingt fighten Miss Position Sachsen vielleicht Zwischendan, auf kein Blacksheet. Warte mal, sie macht jetzt mein Pico. Woher weiß sie das? Ich schiebe den auf. Können wir da ein bisschen jetzt machen? Gar nichts. Keine Bindings, pass auf. Binding 3, 2, 1. Das ist nicht dein Ernst, Max Rage trifft. Du musst sagen, ihre Bindings sind gut bisher. Muss man ja leider lassen. Oh, der war. Ich bin ja voll da. Okay, siehst du? Babysit mit. Verklappt schon mal. Da haben wir schon den Kill. Jaja, kommst du schon wieder an. Jaja, die spielt überaggressiv. Die will halt versuchen, die Bindings zu treffen. Nur, kommst. Ah. Yes. Blitzschalter, ich warte auf den scheiß Blacksheet genutzt. Ah, ist die Masse mit Trouble? Oh, wow. Ah, er stirbt. Der Mumu stirbt sogar noch. 100% Ja, ist weg. Geht auch nicht. Weg. Dann ultimate. Kannst du machen. Mit reinschmeißen? Mit reinschmeißen? Okay, warte. Ist okay. Er ist geflasht. Oh, fast hab ich noch mit der Mumu getroffen. Ähm... Flash. Oh, er hat man halt richtig. Ich spiel nicht schlecht, die beiden. Aber ich spiel nicht schlecht, die beiden. Ich vermute auch, dass da... ...Morgana... Wieder Morgana. Die hat den Ultima da übrigens. Ich bin hyper-aggressiv, ne? Ich besuche dich in deinen Träumen. Die Carina macht mich schon ein bisschen Angst, um ehrlich zu sein. Was ist das? Hab ich noch meine Cam an? Ey... Warte mal ganz kurz. Den hab ich nicht. Deine Cam hast du nicht an. Das ist natürlich lustig. Die Cam ist nämlich unten auf dem Boden und zeigt... Naja... Das wird nix. Ja unten auf dem Boden. Da zeigt erstmal nichts. Oh fuck, der kann ich jetzt nicht heben. Ich hab ja... Ich bin los mit ihm. Ich dachte schon, den machen jetzt hier zusammen, Drake. Doch nicht. Pass auf. Das macht mir echt ein bisschen Angst. Vor allem, wenn wir keine Ultimates haben. Derzeit... Hast du wieder? Ulti? Ja, hast du. Ja, ja. Ich hab alles ab. Ich hab auch Regenheit mit Flasher. Ja, die... Fass auch zu predikten. Die ist los. Perfekt. 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 Ich liebe den Amumu. Er hat auf mein Korre gesagt. Travis hit mit. Bester Mann. Er bringt halt die Arie wieder komplett rein ins Spiel. Okay, ich spiel mal 1-2. Kevin. Ganz ruhig. Oh ja. Ich steh drauf. Die macht mir ja keinen Schaden, ey. Machst du Schiss und so? Kannst du aufgehen? Na. Noch nicht. Kannst du mich rausziehen? Nice. Wollen wir rein? Morana? Frech raus. Aaaaaaah! Get wrecked, bitches! Oh, kommt da jemand. Ja, ja. Äh, danke für den Follow auf jeden Fall. Ich guck gleich mal, wer es hilft. Ja, da kommt ein Hacker. Weg, 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 weg! Weg, weg, weg! Hast du gestunst? Hast du okay, Sam? Sei froh, dass ich ihn noch nie hatte. Na, ich vertraue dir doch. Ach so. Äh, FygoPandaBoom. Danke für den Follow. Ja, Carina, ich hab den, ähm... Ihr habt so Dings schon gesehen. Ja, er ist echt nice von Therese. Oh, das, das Englisch So. Von der Hackerin. Hahaha. Der richtige Spitalist soll ich dann sagen. Portent gepusht? Wie viel View hast du gerade? Vier, vielleicht? Ich hab mir jetzt nirgendwo gepostet, dass ich online bin. Oder auch nicht geschrieben, so. Solange du Carina hast, ist ja alles in Ordnung. Genau. Oder Elena. Hast du ja nicht gebannt? Was? Geiles, geiles Grill, Alter. Kevin, hast du die gebannt? Morgen. Nee. Morgen. Johnny, oder? Ja. Ist grad im Stream. Hallo Stream. Sehr motiviert. Haha, sehr motiviert. Der kommt frisch aus der Arbeit, Mann. Ich bin rippt. Ach, das ist ja hier der Macher der ADC. Oh Mann, raus, 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 raus. Kannst du schon mal ziehen? Oh, fuck. Egal. Even getraded. So haben sie sogar vorher getötet. Von der XP. Ja, die Bining sind aber gut von ihr. Muss ich sagen. Sie spielen mit dem Bining sehr, sehr gut, ey. Ich spiel's grad ein bisschen schlecht. Im Organe ist jetzt auch nicht kacke. Ich komm mir, glaub ich, gleich noch ne Quicksilver Slash. Als... Ich bin ja... Ich bin halt volles Quick Shield gerade rein, ne? Mein Q. Diesmal. Nimm noch den... Nimm die Zerstrom mit. Ich hab grad aber halt push, ne? Ich kann selber klicken, ey. Das siegst du ja ein bisschen auch. Kriegen wir, Alter. Oh je. Oh, kommt der denn her! Dodge! 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 2! Dodge! Ulti! Du hast die Tower zerstört, Mann! Ich bin der Bombe rein! Pass auf, pass auf! Kommt sie dir! Kommt sie dir! Kommt sie dir! Kommt weg! Kommt sie dir! Na Moment. Good job! Good job! Ffff! 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 Das guck ich mir zu den Streamern. Waww, Andy mit der inkeiltet. Okay, okay, okay! Verwiss ich in sie rein! Ja aber, 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 sorry! Da kannst auch die Aris sagen, dass sie mal was machen wollen. Er hat wenigstens getroffen Ich meine, was macht ihr denn hier? Die hat nichts mehr Die hat keinen Ignat mehr, die hat keinen Zippers mehr Die hat nichts mehr Kein Flash mehr Unter dir Ja, ich bin tot Oh nicht Ari ist tot Kannst du den Stand noch mal reinschmeißen? Ja, in der Theorie ja Wir können Lock auf 2 gehen Warte mal, warte mal Nein, er ist hier bleibt Kannst du dich reinwerfen? Auf die Annie? Annie? Einschmeißen? Ah, ist der zu weit weg Hallo Stax, danke Was ist noch da? Was? Ja Mal schauen Nee Leider nicht mehr Geh zurück Ja, ja Die beiden Dings gehen mir relativ auf die Nerven Annie hat sich noch ein Kill abgeholt Oh mein Gott 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 Boah Dieser Flash Das war genau so wie bei den Rings Im letzten Game Oh mein Gott Oh mein Gott Das war gut gespielt von denen ey Ich bin da direkt auf die Beine Ich bin da direkt auf die Beine Ich bin da rein Die Aris Die Aris Aus dem Game raus gerade Und ich brauche unbedingt ein bisschen mehr Die Morgana trifft halt zu viele Beine Warte, ich kann nicht holen Boah Ich versink ich grad in Selbstironie Good Job Du blöde Kröte Du blöde Kröte Du blöde Kröte Die Kröte verfolgt jetzt halt so weit ey Auf jeden Fall hab ich noch ein Kill geholt ey Auf jeden Fall hab ich noch ein Kill geholt ey Der Hearthstone ist so schlau gerade Ähm We are Vengeance Komm ich eigentlich als Titel ey Ich weiß es sogar nicht Oh Gott ich bin nur Hearthstone Ich bin nicht flieger Hearthstone Ah verstehe Ach du Scheiße Da muss ich ja ändern Ah warte ich geh auf die AfKa hier im Busch Hier bin ich safe Ah Das ist so unlucky Graf in mir gespielt worden Der Vengeance kam aber mit einem perfekten Moment oder? Der Vengeance kam aber mit einem perfekten Moment oder? Aber du hast überlebt Äh Nichts Hätte ich richtig geflasht hätte ich wahrscheinlich auch überlebt Naja das Problem ist halt ich bin aggressiv rein und dann hab ich Spining gefressen Danach hab ich auf einmal ähm Gesehen dass es ein Ausrufezeichen über mein Kopf ist leer Ach du Scheiße Das ist halt anlangend wie Timing gewesen ne Ah ich glaub die wussten dass wir eigentlich nur heute Das Problem gewesen Ich meine der Renga hat er schon vorher geholtet Bevor wir geholtet haben Hat er ja gut prediktet dann Wurde ich schon sagen Ich denke das war eine Morgana Call Die hieß die Schlitchi Morgana Jaa nimm mir nimm mir nimm mir Nimm mir nimm mir Oh krass 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 Ich bin tot Bei den beiden Kopf bin ich tot Haha Ich bin tot Ähm Ich geh back Kommt Homeguts wieder Ah die Ulf war halt dumm von mir gerade Ich lauf heute noch danke Ich geh auch kurz berg Wow genau geht halt einfach mal hemm Und gewinnt We remain true to our purpose Also sie kommen halt damit aus ha Das war auch nicht schlecht Ich spiel halt 3 gegen 5 Wenn die gegen das wüssten Könnten die engage Oh super genau Wir können jetzt eigentlich reingehen Warte mal Ach schade Die Morgana die spielt schon ordentlich Morgana ist meiner Meinung nach der beste Gegner Bei den Gegnern Danach würde ich schon sagen dann kommt die Hecker Von Hecker habe ich jetzt nicht viel gesehen Warte mal Wir machen das auch noch mal Warte mal Oh Wie ein Warte mal LOL Haben wir Picks? Das bin ich wieder never lucky Okay Die Arie geht ein bisschen... Die Arie steht in der 6, ne? Ey, er macht halt... Er jumpt halt nicht Wow Wow Der hat dann auch mitgenommen Hinter uns, hinter uns, hinter uns Warte mal, warte mal Wer kommt noch mal? Aber er steht halt 1,5 Ob er es worse ist? Guck mal, jetzt kommen ja noch andere Oh Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot Ich bin tot Kommt der Wenger zu mir? Fuck Ich denke schon, dass er Gritty ist Das auch, das auch Na ja, Gritty hat vielleicht Aber danke, dass er geschoren ist Ja, kein Ding Einen hätten so, einen hätten so, dass du von uns bekommst Ich bin tot Ich bin tot Ich bin tot Ich bin tot Zu hart reingegangen Das war ein bisschen zu hart Das war ein bisschen zu hart Damit haben wir das Game ein bisschen wieder aus der Hand gegeben, ey Wir waren halt richtig weit vorne, ey Ich habe keine Sorge, ich habe das Quicksil oder Slash Ich habe keine Sorge, ich habe das Quicksil oder Slash Ich habe immer noch KDP, warte mal, ich muss nochmal weg Ich bin tot Ich bin tot Du, Q-Partner, bloß andere Teams Aber gar noch macht das gut, ey Jetzt Ult, Ult doch den Amuten Jawohl, rein, rein, rein guter Job ja ich steck ein bisschen unten, ich steck ein bisschen fucker, ah genau das sehe Oh mär, ich hab der schon gesagt, direkt Ja meint Ja, er hat tot ja, er hat tot ja Er hat tot ja, er hat tot ja Ja meint, er töte dich nicht Doch er töte dich Ja meint, er töte dich Tote ihn Göttlich, das war göttlich Das war göttlich Ja Hätte nicht gedacht, dass er das so retired Werd würde, im Endeffekt Der Rengar hat mich angesprungen, der hat Tausend damage gemacht, not bad, das ist ein Grund warum ich Rengar banne Ah, das war der Rengar Rengar springt dich an, du bist tot Meistens ja Obwohl er grad mal 4-3 steht Musst du ein bisschen aufpassen jetzt Wir haben halt viele One-Shot-Monder Ender, Ender, Ender Rengar Garnas Gate, halt hart im Blade-Game Morgana, ich mach immer gute Schaden Wollen wir jetzt für Ender gehen? Wollen wir für Ender gehen? Wollen wir für Ender gehen? Wollen wir denn da? Wollen wir den One-Shot aus? Was марst du? Ich sag dir halt, ey wie Abut hätte sie nicht flashen müssen, egal Egal Wautlane Aber da haste Amumu und Ari Das sollten eigentlich packen können Da sind sie beide Wenn die einfach Mitte pushen, wenn die so hart Wautlane pushen Ich meine, Wave haben wir ja gerade Der Ente wie er uns gefährden kann. Das ist Rengard, Alter, ja. Alles gut. Geht um. Keine Worte. Ich könnte nie für den Catch gehen. Warte, warte. AHHHHH, du verhinderte Amumu! Wer hätte die Welt hier reingelaufen? Duns, duns, duns. Wollen wir für eine gehen? Doch. Okay, gar nicht für eine, okay? Ja, die sind überall da. Die sind eingeschossen worden. Der Amumu hat Zeit versaut, ne? Naja, ich hab's gesehen. Ich geh da nicht lang. Scheiße, Mann. Easy Catch wär's gewesen, ey. Rengar Farms ist jetzt auch hoch. Das war nur in der Jungle, aber... Wir haben hier schon noch das Camp mit. Da hab ich Level 14. Oh mein. Worte enttäuscht auch noch. Ha. Obwohl, wie so hart dominiert er schon wieder, ey. Obwohl, war nicht so hart. Er war eigentlich... Oh, ein Stück besser geht's, ne? Ah, Mokar ist auch da. Hab ich auch noch nie zu pushen. Na, das wird doch schon wieder... In 100% steht ja Rengar doch schon wieder hier. Oh, ey. Oh, der Midi. Wir haben sogar hier... Oh, okay. Der Board ist weg. Ähm... Vier Bots. 100% wird sie gleich geroamed. Ah. Ja, ganz weit rein. Doch, top. Wir können. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja, da ich ja. Die Annie will mich gerade die Arvie töten. Nur, ihr Rengar nicht. Ich stell mal Pinkward aus die Lane hier. Ich kann mir den Tower nämlich nehmen. Du bist zu safe. Ja, ich weiß trotzdem. Ah, da sind sie in der Mitte. Oh, 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 Rengar. Er ist hier wo vor. Ich hab ihn noch getroffen. Hab es gehört? Ja, da ist er. Boa, was? Das war aber ein Sound. Ich hab ihn getroffen. Ich hab einen Sound-Aber gehabt. Oh, Gott. Okay. Okay, wollen wir den gegenwärtschen alle T-Feeden? Empfehlen? Wir haben keine Armbrot, ne? Haben wir denn? Wir haben keine T-Felonen gehört? Nee, würde ich nicht giten wollen. Was macht ihr denn da? Rengar ist noch nicht da, Rengar hat noch keine Ultimat. Wir sehen da gerade gar nichts, ne? Ich muss mal Recall. Oh weia. Oh, Annie, Annie. Wow, was für ein Schaden der Typ. Alter, muss ich Flaschen gehen? Nee. Nee. Oh, Bronzeflash. Ich bin halt drüber geflasht. Ja, ich hab halt gedacht, die hat noch Tibbers, ey. Die hat halt nichts gemacht. Okay, das war Bronze für den Flash. Zu Herzen mal. In 100 Jahren mal wieder. Darf ich gerade den irgendwo... Kann schauen. Oh, wow. Das meine ich gerade mit dem, dass wir keine Vision haben. Scheiße. Spare ein bisschen. Aber egal. Also. In 100 Jahren mal wieder. Was ist das? Was ist das? Es war nicht mehr. Ich hab nicht mehr den Wettbewerb. So, hab mich auch wieder entlootet. Hat gerade geklingelt, mein Hund hat gebetet. Ah, der geht halt jetzt für den Spit-Push, ne? Hat der Gnar-TP? Schon mit ihm. Hey, scheiß drauf. Pass auf. Ah ja. Wir brauchen mehr Wischen, ey. Mann, die Ari hat doch Ult vom Escape-Till nicht. Ja, die Fug ist mich, ne? Jo, das ist ein Faggot, warum gleich noch wieder mich an, ey. Fokus, Armus, Lösch, Leona, WP. Ha! Er hat den Fugger-Hack gemacht, hat eben. Der Gnar? Ja. Ja, der Gnar, der kam aber auch zu spät. Trotzdem haben wir's gut gerissen. Er hat den Rest abgestaut, kann man sagen. Wir haben keinen Mid-Lainer, ne? Ja, ich hab's gesehen. Puh, Trotzdem hat alles auf mich gehauen, ne? Ulz? Ihre Bombe? Ja, ich hab's gesehen. Ja, ich hab's gesehen. Die ist ja richtig Hammer auf mich gegangen ey Ich geh back, ich hab genug Gold wieder mal Ja den Quarter hätte ich gerne gehabt Oh das war ein schöner Fizzur Ehhh Hm, 13 Midlane Ich glaub wir haben jemanden zu carry'n Hui Toplane Ah, naja ich geh schon Nack nack ich komm zu mir Komm zu mir, komm zu mir Midlane bitte Äh mach ich Ich komm hier zurück Ah die sind in unserem Jungle ne Ich hab hier seitdem bald hin gekommen Fuzana geht auf mich Holy shit Ja Ja, ein bisschen früher als ich weggehen können So, 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 so Pardon Irgendwas zu Drake da Na ja, ich muss schon noch Ah, die Stelle komplett Ja, das geht nicht so Also, so Dein Tor ist weg Naja, wir haben kein Team wo es rotiert, das ist nicht gut Wir verliehen langsam an Kontrolles Vision Control verliehen wir komplett Wir leben glaub ich nicht viel Kontroll ey Ich hab auch alles, weil die Mitglied hat geachtet, dass der Uko stirbt, ne Hier ist die Anyone, Achtung Achtung Ah, da ist wieder ein bisschen One-Shotter, Renga Ne, ne, noch nicht Renga ist hier Mach denn die Ari schon wieder da, will die flankieren oder was Ich weiß glaub ich gar nicht was ihr macht Drake, Drake, Drake Mach die denn da Ich bin wieder Ich bin wieder Ich bin wieder tot Ari Why are you going for any, any time Sie versucht halt auch zu, sich zu klatschen oder was macht sie da Oh Ah, gratulation Ach man, die läuft halt nicht Handy flankiert, Handy flankiert Handy flankiert Aber wir verlieren immer mehr am Member Oh, du bist jetzt Flashdruck Okay Hauptmann gestunt Ich kann jetzt nicht alles peel Sorry, das kann ich nicht Sorry, also mehr konnte ich da nicht machen Ich konnte auch nicht mehr für dich gerade machen Ja, ich hab zwei mitgenommen Der Renga ist auf mich gesprungen Ja, ich hab ihn sofort gestunt Ja, ich weiß, ich hab's gesehen Ansonsten hätt ich das nicht so geschafft Ich schaffen wollte Schaffen wollte Good Job Können wir dich poschen, ey Ja, alter Hacker auf dich, alles auf dich, ey Ja, ja, alles noch auf mich gegangen Tristana, Hackerrim, Renga, Morgana Ich hab die drei Schilder, zwei Schilder, ne, ein Schild gegeben und zwei Ja, das passt schon Ja, das passt schon Ich sag dir nichts, oder? Ne, 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 ich sag dir nichts, oder? Ne, 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 ich sag dir nichts, oder? Du hast gut gespielt Alles gut Wie wir jetzt überlebt hätten, hätte ich gesagt Ehm, hier, Luster, ist das die Uhr Hier, Luster, please Wir sollten das hier warten, der ist gleich ab Ja, ja, ich geh schon, ich geh schon ein bisschen die bewischen Obwohl das ist eigentlich das Geh, was ich gerne mache Typischer Support-Totist Obwohl du bist ja eigentlich gar nicht mehr da Ich bin ein bisschen außerhalb Naja, ich bin schon Vielleicht hab ich einfach noch Die Gegner sind mad, die können eigentlich nicht so locker knallen Allein weil sie schon mad sind Die wollen flakieren, die wollen flakieren Da sind welche drinnen Da bei mir, da bei mir Ja, ja Na, Moment, 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 Moment Raus, 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 Raus Wo ist denn Ari? Da, wollen wir rein? Ist kein Engage? Ist kein Engage Okay, weiter Könnte ich auch Sperbel machen, aber egal Was macht die denn da die ganze Zeit, ey? Sit, 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 soll ich denn Wir können Ende machen Na komm, warte, 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 warte Was für ein useless Typ, ey Passt schon Wir haben so ne Macke mit der Ari 412, halleluja Also ist es jetzt runter zu klein, oder was? Wir können Ende machen, wenn du weiter abdenkst Weiter, 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 genau Ist ne Abdenkung wert Was ist das denn? Ah, f***, da hab ich jetzt nicht geteilt Ich habe jetzt nicht geteilt Oh, das ist ja was Das ist egal, weil wir auf die Frage Support für den General Kann der sogar ein Baron sein Das könnte sogar ein Baron sein Prepare Baron General dead 25s Bo, wir haben auch Knau verloren Nee, es ist ein Whisky-Call, never mind. Ich versuch die Scuttle zu nehmen. Too risky. Ja, die Scuttle ist nicht da, oder wie? Ja, wie geht's halt wieder in Fireline rein, ne? Macht sie halt immer. Ich versteh's nicht. Dass die Leute in den Köpfen immer vorgehen. Nichts. Andy one-shotet mich. Oh, ich muss in die Andy rein. Wir müssen mal ein bisschen auf dem Positioning achten. Ich werde mich ja sowas im Fond rüber. Du musst die Andy ficken. Ja, die Knallsechung weg. Oh, mein Gott. Ich versuch die Zeit, wenn ich die Shader. Erst gestand. Kannst du die Gange machen? Gut. Und Ende. Ende machen. Ich bin nur ein bisschen. Ich bin nur ein paar Wörter. Ich bin nur ein paar Wörter und ich bin nur ein paar Wörter. Bei mir ist der Säger. Ich bin nur ein paar Wörter. Nichts. Gar nichts. Absolut nichts.